Der gebürtige Erfurter Max Weber war ein deutscher Jurist und Nationalökonom, erlangte aber vor allem als Soziologe große Aufmerksamkeit. Sein Einfluss auf die Soziologie, aber auch auf andere Lehren wie zum Beispiel die Politik- und Wirtschaftswissenschaften, ist so groß, dass man ihn mit gutem Grund als den bedeutendsten aller deutschen Soziologen ansehen kann. Mindestens muss man ihn auf jeden Fall als Klassiker der Soziologie bezeichnen. Weber hatte den Anspruch, Ordnung in die Soziologie zu bringen. Er führt zu diesem Zweck universelle Grundbegriffe ein. Das klingt erstmal ziemlich allumfassend und vielleicht sogar überheblich, als würde Weber meinen, seine Theorie, seine Begriffe wären die einzig richtigen und was vorher war, war nicht mehr als ein großes Durcheinander. Von dieser Auffassung grenzt sich Weber jedoch ausdrücklich ab. Die Grundbegriffe sind nicht die empirische Wirklichkeit, sondern nur gedankliche Konstruktionen, mit denen die Wirklichkeit denkend geordnet werden kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Grundlagen seiner Soziologie lernt er jetzt kennen. Max Weber wird 1864 in Erfurt geboren. Er studiert 1884 Rechtswissenschaften, Nationalökonomie, Gasteswissenschaften, Philosophie und Theologie in Berlin. 1889 promoviert er zum Doktor der Rechte und befasst sich 1891 in seiner Habilitationsschrift mit der Bedeutung der römischen Agrargeschichte für das Staats- und Privatrecht. Ganz nebenbei, zu dieser Zeit wohnt Weber noch in seinem Elternhaus. Erst 1893, in dem er heiratet und eine außerordentliche Professur für römisches Recht antritt, zieht er aus. Kurz darauf wird er Professor für Nationalökonomie. 1898 stürzt Weber in eine tiefe, depressive Krise. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Was aber bekannt ist, Weber versucht verkrustete, universitäre Hierarchiestrukturen aufzubrechen, was einigen seiner Kollegen wohl übel aufstößt. So hat er sich beispielsweise gemeinsam mit seiner Frau für die Rechte von Frauen eingesetzt. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat eckt Weber mit seinen Haltungen an. Er gerät mit seinem Vater aneinander, was 1897 sogar einen kompletten Bruch nach sich zieht. Weber kehrt daraufhin zunächst der Universität und anschließend Deutschland den Rücken zu und kommt erst 1902 zurück. Die Krise markiert einen Wendepunkt in Webers Leben, die sein Denken und damit auch seine wissenschaftliche Arbeit nachhaltig beeinflusst haben. Weil das so ist, ist es absolut gewinnbringend, für ein tieferes Verständnis von Webers Soziologie nochmal kurz über die Konflikte nachzudenken. Wir haben bestehende Traditionen auf der einen Seite, ihr erinnert euch, da waren Webers Vater und die universitären Strukturen, und Weber auf der anderen Seite, der diese Tradition rational hinterfragt. Hier finden wir ein Spannungsverhältnis vor, also eine Spannung zwischen Rationalität und Irrationalität. Wir haben gesehen, dass das Aushalten dieser Spannung eine große Herausforderung für Weber darstellte. Später wird er zeigen, dass sich besagtes Spannungsverhältnis auch auf die Gesellschaft übertragen lässt, und dass diesem eine ungeheure Erklärungskraft zugesprochen werden kann. So hat es Gefälle zwischen Rationalität und Irrationalität nach Webers Auffassung die moderne Gesellschaft erst hervorgebracht. Aber dazu später mehr. 1904, zwei Jahre nach seiner Rückkehr, erscheint die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Diese Schrift, beziehungsweise die zentrale Fragestellung dieser Schrift, habe ich für euch in einem zweiten Video behandelt. Das Buch kann gemeinsam mit dem posthum veröffentlichten Wirtschaft und Gesellschaft zu Webers Hauptwerk gezählt werden. 1909 ist Weber Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Er gilt als einer der Gründerväter der Soziologie. Erst jetzt, mit 45 Jahren, versteht er sich nicht mehr als Ökonom, sondern als Soziologe. Es ist großen Denkern ja nicht immer vergönnt, schon zu Lebzeiten ein hohes Ansehen zu genießen. Weber war schon. Er wurde 1919 sogar vom deutschen Außenminister darum gebeten, mit nach Versailles zu kommen, um ihn bei Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg zu beraten. 1920 stirbt Weber an einer Lungenentzündung. Wir wollen über Webers Soziologie sprechen und da bietet es sich natürlich an zu schauen, was er denn überhaupt darunter versteht. Weber schreibt, Was hier als erstes ins Auge sticht, ist die Präsentation seiner Definition als eine Art Gesetzestext. In dem Stil macht der gelernte Jurist auch weiter. Wie bei einem Gesetz auch, legt er jedes Wort auf die Goldfarge. Weber nimmt alles ganz genau. Die Begriffsbestimmung von Soziologie ist mit § 1 die oberste Maxime. In dieser Definition ist ein Begriff besonders zentral und es ist der des sozialen Handelns. Das ist es, was von Webers Soziologie deutend verstanden werden soll. Aber was ist soziales Handeln? Schauen wir uns das mal an. Zunächst müssen wir die beiden Begriffe Handeln und Verhalten voneinander unterscheiden. Verhalten tun wir uns immer. Alles, was wir tun oder nicht tun, ist Verhalten. Zum Beispiel nehmen wir an, ich könnte euch jetzt sehen. Dann würde ich beobachten, wie ihr gerade in den Bildschirm schaut, wie eure Körperhaltung dabei ist, welchen Gesichtsausdruck ihr habt, wie ihr eure Arme und Beine positioniert und so weiter. Euer Verhalten hattet ihr bis jetzt, wo ich euch gerade darauf anspreche, gar nicht auf dem Schirm. Ihr habt vermutlich nicht bewusst eure Beine überkreuzt oder eben nicht überkreuzt. Euer Verhalten geht also nicht von einer bestimmten Absicht aus. Wenn ich jetzt ein Foto von euch machen und euch fragen würde, warum habt ihr denn in dem Moment die Mundwinkel genau so gemacht, dann könntet ihr mir das nicht schlüssig begründen. Und das könnt ihr deshalb nicht, weil Verhalten kein willentlich gesteuerter Prozess ist und damit keinen subjektiven Sinn hat. Anders ist es beim Handeln. Wenn ich euch frage, warum schaut ihr euch gerade dieses Video an? Dann könnt ihr mir die Sinnhaftigkeit hinter eurem Tun erläutern. Schließlich habt ihr das Video bewusst ausgewählt. Handeln ist immer intentional und hat immer einen subjektiven Sinn. Also Webers Soziologie schaut sich das Handeln an. Und jetzt aber nicht irgendwelches Handeln, sondern das Soziale. Soziales Handeln soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist. Also, wenn ich zum Beispiel am überfüllten Bahnhof an mein Gleis möchte und mir kommt ein Pulk an Menschen entgegen, durch den ich hindurchlaufen muss, dann orientiere ich mich in meinem Handeln am Verhalten der anderen und umgekehrt. Ansonsten würden halt alle aneinanderstoßen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn jemand niest, dann sage ich Gesundheit. So, und dieses soziale Handeln ist es nun, das für Webers Soziologie relevant ist. Denn die Fähigkeit der Menschen, sich in ihrem Handeln aufeinander zu beziehen, macht Gesellschaft ja überhaupt erst möglich. Hier finden wir im Übrigen auch die Spannung wieder, deren Bedeutung für das Verständnis von Webers Soziologie ich schon betont habe, als wir uns Webers Lebenslauf angeschaut haben. Jemand verhält sich, bekommt zum Beispiel Gänsehaut, und ich handle sozial, indem ich frage, ob ich denn die Heizung hochdrehen soll. Das Verhalten ist irrational, das daran orientierte Handeln hingegen rational. Jetzt, wo wir den Begriff des sozialen Handelns nachvollzogen haben, können wir im nächsten Schritt fragen, wodurch das soziale Handeln der Individuen denn eigentlich bestimmt wird, was also die Motive für soziales Handeln sind. Damit sind wir dann bei Webers Typenbildung angekommen. Es gibt vier Stück davon, die ich hier auf einem Kontinuum von rational nach irrational angeordnet habe. Das Zweckrationale, das Wertrationale, das Affektuelle und das Traditionale Handeln. Weber spricht hier von Idealtypen, weil wir im realen Handeln von Menschen eigentlich nie Reinformen der Typen vorfinden, sondern immer irgendwelche Mischformen. Trotzdem erinnere ich hier nochmal an den Universalitätsanspruch der Grundbegriffe. Jedes soziale Handeln müsste sich innerhalb dieser vier Typen bewegen. Am rationalsten ist das Zweckrationale Handeln. Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mittel und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt. Also nehmen wir an, ihr geht in den Supermarkt, um Schokolade zu kaufen. Jetzt steht ihr vor dem Regal und wählt mit zweckrationalen Überlegungen aus. Wichtig sind dabei vielleicht folgende Aspekte. Der Preis, der Geschmack, die Menge, der Schmelz, die Frage, ob die Schokolade auch jemand anderem schmeckt, der sie euch vielleicht weg ist, die CO2- und Trinkwasserbilanz, die Beimischung sonstiger Zutaten, die Arbeitsbedingungen der Kakaobauern, die Frage des kontrollierten biologischen Anbaus der Bohnen, die Menge an Verpackung im Verhältnis zur Schokolade und so weiter und so weiter. Also, ihr wägt all die genannten Punkte und noch eine ganze Reihe mehr gegeneinander ab und dann kommt ihr zu einer Entscheidung. Das wäre zweckrational. Rein wertrational handelt, wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt, im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät oder die Wichtigkeit einer Sache, gleich viel welcher Art ihm zu gebieten scheinen. Wir bleiben bei dem Schokoladenbeispiel. Wieder geht ihr in den Supermarkt und wählt. Jetzt nehmen wir aber an, ihr seid bei einem Schokoladenkonzern angestellt und habt ein enormes Pflichtbewusstsein. Aus der Überzeugung heraus, dass ihr als Teil des Konzerns dazu verpflichtet seid, auch nur Produkte dieses Anbieters zu kaufen, fällt euch die Entscheidung nun natürlich nicht schwer. Als nächstes finden wir auf unserem Kontinuum das affektuelle und das traditionale Handeln. Mit Blick auf ihre Rationalität bzw. Irrationalität sind sich die beiden sehr ähnlich. Deswegen habe ich sie hier mit und oder aufgeführt. Aber natürlich ist es nicht dasselbe. Wir gehen jetzt ein drittes Mal Schokolade kaufen, diesmal aus einem Affekt heraus. Das streng affektuelle Sich-Verhalten kann hemmungsloses Reagieren auf einen außertäglichen Reiz sein. Eine Sublimierung ist es, wenn das affektuell bedingte Handeln als bewusste Entladung der Gefühlslage auftritt. Also, euer Partner bzw. eure Partnerin hat Schluss gemacht und um das zu verkraften, braucht ihr natürlich eine große Menge an Schokolade. Mit wenig Sinn und Verstand haut ihr jetzt alles in den Wagen, was da ist. Ich meine, das Schokolade kaufen an sich hat vielleicht noch einen Sinn, weil ja beim Schokolade-Essen Glückshormone ausgeschüttet werden, die man in so einer Situation echt gut gebrauchen kann. Die Menge und die Auswahl der Schokolade sind jedoch ziemlich irrational. Zuletzt noch zum traditionalen Verhalten. Das streng traditionale Verhalten ist oft nur ein dumpfes, in der Richtung einmal eingelebter Einstellungen ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize. Ein letztes Mal stellen wir uns vor das Schokoladenregal und auch diesmal fällt uns die Entscheidung nicht schwer. Wir greifen zielsicher eine ganz bestimmte Schokoladensorte heraus. Es ist eben die Schokolade, die unser Papa auch schon immer gekauft hat, als wir klein waren und die wir seitdem immer nehmen. Das traditionale Verhalten kennt man zum Beispiel auch als Motiv bei der Wahl bestimmter Parteien. Warum haben sie denn die CDU gewählt? Ei, das ist schon halt so, wir haben immer schon die CDU gewählt. Klassiker. Weber führt noch weitere Grundbegriffe ein, aber die jetzt auch noch zu behandeln würde echt zu weit führen. Wenn ihr verstanden habt, was soziales Handeln, also was der Gegenstand Webers Soziologie ist, welche Bestimmungsgründe für soziales Handeln es gibt und dass die Spannung zwischen Rationalität und Irrationalität ein entscheidendes Momentum für Weber darstellt, dann seid ihr schon echt gut aufgestellt, weil vieles nämlich auf genau diesen Grundlagen aufbaut. Was bleibt, ist vielleicht auch die Klärung der Frage, was Webers Soziologie denn nun eigentlich ist. In den gemachten Beispielen haben wir ja immer verschiedene Handlungen beobachtet, die einem bestimmten Idealtypus entsprochen haben. Wir konnten durch diese Zuordnung nachvollziehen, welche Motive dem beschriebenen Verhalten zugrunde lagen. Diese Untersuchung können wir natürlich auch bei jedem anderen Verhalten vornehmen. Untersuchen heißt hier, dass wir die Verhaltensweisen, die wir analysieren wollen, nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern wir begreifen durch die Kategorisierung den Zusammenhang. Und das ist der springende Punkt. Webers Soziologie ermöglicht durch die Grundbegriffe ein Denken des Ordnen und damit Verstehen. Zum anderen geht die webersche Soziologie davon aus, dass Individuen berechenbar sind. Diese Auffassung teilten viele seiner Zeitgenossen nicht. Wenn ich ein eher traditioneller Typ bin und auf der Schiene meiner immer schon gelebten Einstellungen fahre, dann kommt es doch in meinem Handeln in allen Lebensbereichen zum Ausdruck. Nicht nur beim Schokoladekaufen, auch im Beruf, im Umgang mit meiner Familie, in meiner Freizeitgestaltung und so weiter. Weber spricht in diesem Zusammenhang von Lebensführung. Gemeint ist damit die Gesamtheit des praktischen Handelns im Alltag. Aber natürlich interessiert sich Weber als Soziologe nicht nur für Individuen, sondern vor allem für Gesellschaften. Weber erkennt, dass für moderne westliche Gesellschaften eine bestimmte Form der Lebensführung charakteristisch ist. Diese ist gekennzeichnet durch eine streng rationale Grundhaltung. Nämlich die Zweckrationalität als Bestimmungsgrund sozialen Handelns, die Regelung sozialer Beziehungen durch geltendes Recht, dem man sich freiwillig fügt, und durch eine legale Herrschaft, die sich durch eine gesetzte Ordnung legitimiert. Diese strenge Rationalität ist etwas sehr Spezielles, was er nur in westlichen Gesellschaften und nicht im Orient findet. Und hier liegt nun Webers zentrales Forschungsinteresse. Wo liegen die Ursachen für die okzidentalen Sonderentwicklungen? Er hat dazu eine wirklich sehr interessante Theorie. Wenn euch die interessiert, dann schaut euch das zweite Video zu Weber an. Ansonsten zeigt gerne, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert und drückt die Glocke, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis gleich.